Ein wunderbares, schönes, herzliches Willkommen hier zu uns am Frankfurter Börsenpaket. Mein Name ist Patrick DeWayne und ich habe die große Ehre, mit Chris Zwermann zu sprechen, der heute unser Gast ist im Experteninterview von Zwermann Financials. Es geht wieder hoch her, das kann ich schon versprechen. Und wir werden alle relevanten Themen, die aktuell gespielt werden, an den Finanzplätzen, an den Börsen und an den Kapitalmärkten besprechen. Und wir werden Sie, und da bin ich ganz sicher, ganz toll unterhalten. Herr Zwermann, schön, dass Sie da sind, dass Sie unser Gast sind. Ja, wunderschönen guten Tag. Sie haben ja schon mal die Zuschauer darauf vorbereitet. Es fehlt nur noch, dass Sie sich alle anschnallen, damit wir auch durchkommen. Ja, genau, es wird wieder hoch hergehen, das können wir versprechen. Und Sie haben eine Menge mitgebracht und ich finde, Ihre Einstiegsgrafik, die beschreibt doch eigentlich ganz gut, wo wir uns gerade befinden, nämlich in der Inflationsbekämpfung der Notenbanken. Genau, also es ist wirklich so, dass wir das ja jetzt nun mal nicht erst seit gestern machen, sondern das hat sich ja so gesteigert. Also alle haben sich erst mal geweigert, die Zinsen anzuheben und dann danach. Seitdem rennen wir hinterher. Und tatsächlich werden jetzt die Zinsen intensiver angehoben, schneller angehoben. Und wir merken in den Märkten, dass wir dann auch Wirkung erzielen und dann tatsächlich auch schon solche, sagen wir mal, Gefahren entstehen. Also ich habe das nur mal hier versucht zusammenzufassen, was man eigentlich mit diesen höheren Zinsen auch bewirken will. Also das heißt, Paul sagt immer wieder, es wird niedrigeres Wachstum geben, also Richtung Rezession. Die Frage ist, wie tief? Ja, die Aktienmärkte fallen ja schon. Das heißt also, auch da wird sozusagen Vermögen vernichtet, was nachher keine Inflation mehr treibt. Wo noch nicht viel passiert ist, der Häusermarkt, wie man hier sieht, der ist immer noch am Laufen. Und an der Stelle ist es natürlich trotzdem so, die Hypotheken sind viel teurer geworden, kann viel passieren. Wir sehen, die Energie ist sehr viel teurer geworden, die Rohstoffe sind teurer geworden. Das heißt also, Inflation zu bekämpfen, ist im Moment tatsächlich sozusagen das Amt der Zentralbanken, weil die Politik nicht so richtig dazu beitragen kann. Aufgrund von Krieg, aufgrund von geopolitischen Auseinandersetzungen, von Deglobalisierung und so weiter, ist man da gar nicht so in der Endlage. Und auf der nächsten Grafik können wir das vielleicht so ein bisschen näher betrachten, was eigentlich schon passiert ist. Also ich habe jetzt mal hier die Zentralbank sozusagen, als, das ist jetzt aus dem heutigen Economist, aus dem kurzfristigen, ich habe hingeschrieben, die Risiken der globalen, des globalen Zinsumkehr, ja. Und was machen wir in den Finanzmärkten? Es wird eigentlich relativ viel Kapital abgebaut. Also wir sehen in den USA, Beispiel, 12 Milliarden Kapitalisierung beim Aktienmarkt schon verloren, 7 Milliarden, mir kommt das immer noch ein bisschen wenig vor, bei den Bondmärkten zurückgegangen. Die Krypto haben 2 Milliarden verloren. Und im Häusermarkt ist noch nicht allzu viel passiert, aber die 30-jährige Hypothek ist im Grunde genommen von 3 auf 7 Prozent angestiegen. Also wir sehen dieses Fundament, was wir hier in den Finanzmärkten haben, das bröckelt sozusagen mit der Gefahr, dass die Zentralbank das irgendwann erkennen muss. Es gibt auch Gefahren. Ja, der ein oder andere geht ja davon aus und ist schon kritisch und äußert sich, dass die Zentralbanken, allen voran die FED, natürlich, weil sie ja auch erklärt haben, dass sie vor allen Dingen die Inflation bekämpfen wollen, vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausschießen könnte möglicherweise. Ja, also wir haben sozusagen den ersten großen Coup letzte Woche erlebt in Großbritannien. Also man muss das so sehen, dadurch, dass die Zinsen schneller angehoben werden und intensiver angehoben werden, ist es so, dass viele im Markt mit ihren gemachten Sicherungen nicht mehr dem Tempo der Zinsanhebungen folgen können. Also das haben wir jetzt letzte Woche gesehen bei den Pensionsfonds in London, die im Grunde genommen fast zwei Billionen Pfund an Sicherungen haben, in dem Fall gegen steigende Zinsen. Und jetzt ist es passiert, dass die Zinsen aber zu schnell steigen, mit der Folge, dass diese Sicherungen nicht mehr alle sozusagen greifen. Können Sie uns ganz kurz mal mitnehmen, wie sichert man sich als Pensionsfonds den Grund legen, mit welchen Instrumenten gegen steigende Zinsen ab? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also über, in dem Fall, Derivate-Produkte, in dem Fall Swaps, die man macht. Und man hat das also auch sehr konsequent gemacht, also für auch große Beträge, nur mit dem Problem, dass man ja eine Annahme treffen muss, wie steil und wie schnell steigen die Zinsen, also für meine Absicherung. Und das hat man tatsächlich ein Stück unterschätzt, weil die Zinsen auch schneller angestiegen sind, mit dem Problem, dass wenn mein Produkt jetzt nicht so greift, dann muss ich sozusagen nachschießen, also ich muss wirklich Geld wieder auf den Tisch legen. Und das konnten einige Pensionsfonds nicht und die mussten dann von ihren Anleihen verkaufen, was wiederum die Zinsen noch weiter nach oben getrieben hat. Und dann war die Krise eigentlich schon in vollem Gange. Das Fund ist steil abgestürzt. Man kann natürlich sagen, man hat jetzt die Regierung dafür verantwortlich gemacht. Die hat natürlich noch in die gleiche Richtung, indem sie sagt, wir senken die Steuern und finanzieren das am Finanzmarkt, führt natürlich noch mal zu mehr Angebot an Anleihen. Und dann haben sie ein Problem, was das Ganze dann dazu bringt, dass die Bank of England, muss ich sagen, extremst schnell reagiert hat. Also muss man wirklich sagen, an einem Tag am Mittwoch und hat die Reißleine gezogen. Und man kann hier sagen, von diesem Quantitative Tightening, was sie ja ab gestern vorhatte, also Anleihen zu verkaufen, ist sie umgesprungen wieder, sozusagen hat über um die 70 Milliarden Anleihen gekauft und hat sozusagen diesen Rückgang des Fundes gebremst, den Rückgang der Anleihen gebremst und so weiter. Und eigentlich versucht sozusagen dieses Meltdown, könnte man sagen. Was natürlich etwas ist, was für die gesamten Finanzmärkte gilt, wenn wir die Zinsen so schnell anheben, wie sie im Moment angehoben werden. Ja, auf der einen Seite, Sie haben es angesprochen, dieses schnelle Zinsanheben, dann wahrscheinlich auch keine wirkliche Absprache zwischen FED, EZB und der Bank of England. Dementsprechend hat es zu diesen Verwerfungen geführt und Sie haben es angesprochen, die schnelle Reaktion der Bank of England. Jetzt ist die Frage, verändert sich dadurch dann schon mittelfristig auch die Geldpolitik der Bank of England, dass sie grundlegend in das Quantitative Ease wieder einsteigt? Oder glauben Sie, dass die politische Komponente, die wir ja gesehen haben, dass man das Ganze sozusagen wieder zurückgedreht hat und gesagt hat, okay, dann senken wir jetzt erstmal nicht die Steuern, dass das schon hilft, um die Kapital- und Finanzmärkte zu beruhigen? Also ich glaube, das wäre auch ohne die Politik wahrscheinlicherweise passiert. Okay, also wenn man weiter und intensiver die Zinsen angehoben hätte, was man ja in den USA ja auch macht, in Europa nicht so sehr. Und ich glaube auch, dass wir nicht nur, das kann man überhaupt nicht auf Großbritannien beschränken, sondern das muss man wirklich auf die Finanzmärkte generell beschränken. Man muss immer überlegen, dass wir noch vor Monaten insgesamt 18 Billionen weltweit an Staatsanleihen hatten, die eine negative Rendite hatten. Inzwischen ist es immer nur noch bei 2 Billionen. Also sehen wir, was da eigentlich passiert ist. Und das heißt mit anderen Worten, wenn dann Sicherungen nicht mehr greifen, und das gilt natürlich auch dann für die USA, und natürlich stellt sich dann danach die Frage, inwieweit wird dann sozusagen die FED vielleicht auch reagieren. Also die Frage, die sich eigentlich im Moment stellt, ist, wird man vorne die Zinsen weiter oben halten, damit man die Inflation bekämpft, und wird man vielleicht hingehen und wird sagen, die langen Zinsen, die werden wir vielleicht so ein Stück sozusagen betuteln oder kaufen. Dann wird die Kurve natürlich noch viel inverser, und dann reden wir vielleicht noch über tiefere Rezessionen. Aber es würde natürlich die Finanzmärkte im ersten Moment so ein Stückchen beruhigen, weil dann die langfristigen Renditen nicht weiter steigen würden. Also was wir jetzt sozusagen in den letzten zwei Tagen als große Hoffnung ja schon gesehen haben. Ja genau, Sie haben es angesprochen. Wir sind ja im Kapitalmarkt schon ein bisschen nach vorangeschritten, haben das ein oder andere vorweggenommen. Beim DAX sind wir um die 700 Punkte nach oben gegangen. Der DAX wieder über die 30.000-Punkte-Marke. Und Sie haben hier von der FED in San Francisco die Mrs. Daily mal mitgebracht, die tatsächlich auch eine Mahnerin ist innerhalb des Gremiums der FED, tatsächlich kann man sagen. Genau, also Sie so, das Gegenteil von Herrn Bullhardt. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass diese Woche sehr viele FED-Mitglieder ihre Meinung kundtun. Aber sie hat das eigentlich jetzt schon mal so einen Nagel auf den Kopf getroffen, indem sie also wirklich sagt, überziehen wir eventuell dieses, also wörtlich hat sie gesagt, wir müssen die Auswirkungen steigender Zinsen unter Dollarstärke, kommt ja noch hinzu, auf die globalen Finanzbedingungen beachten. Das müssen wir berücksichtigen, damit wir die Zinsen nicht überziehen. Das heißt also, wir reden schon davon, Zinswende von der Zinswende oder so etwas. Das wäre dann natürlich, und das ist die Hoffnung eigentlich jetzt in den letzten zwei Tagen, der Märkte gewesen, als sie umgedreht haben und gesagt haben, okay, jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung. Aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, man muss doch eigentlich als Gremium der Notenbanken zur Kenntnis nehmen, dass schon die angedeutete Zinswende, die man eingeleitet hat, man ist sehr spät eingestiegen, aber dass das sich auf den Dollar doch schon sehr früh bemerkbar gemacht hat. Wir haben es ja gesehen, wir waren mit Euro bei 1,20 zum Dollar, jetzt sind wir unter die Parität teilweise gefallen. Und im Grunde impliziert das ja auch, dass wir dadurch auch hier im Euroraum logischerweise ein bisschen was an Inflation importieren. Also diese Dollarstärke ist ja nicht erst seit gestern. Hätte man da nicht schon dann sagen können, okay, wir haben zumindest schon mal eine gewisse Wirkung unserer Zinsanhebung, muss man denn da jetzt, letzte Zinsanhebung, 75 Basispunkte dann weiter in diesem Tempo machen? Ja, wenn Sie also an der Stelle, sagen wir mal, man kann es mal umgekehrt sehen. Sie sind also jetzt bei den Inflationsraten in den USA bei 8,3 Prozent, haben einen unheimlich starken Dollar und die Inflation steigt immer noch. Also eigentlich müsste dieser starke Dollar, der ja nicht nur gegen Euro, sondern global ein starker Dollar ist, schon extremst dazu beitragen, dass die amerikanische Inflationsrate gebremst würde. Das ist aber nicht der Fall. In Europa ist es genau das Gegenteil. Dieser schwache Euro, der ist aber natürlich durch Krieg bedingt, dadurch, dass wir die Zinsen nicht so stark angehoben haben und so weiter. Also wir haben hier in Europa sehr viele andere Risikofaktoren noch für die Währung, die wir in den USA nicht haben. Aber von der Seite her ist klar, in den USA, deswegen ist der Paul auch so aggressiv geworden, wir müssen also an der Stelle alles dazu tun, um vor die Kurve zu kommen. Sein Ziel ist ja, hat er ja ganz klar gesagt, er will positive Realzinsen auf der ganzen Kurve haben. Also wenn das so ist, dann ist noch einiges zu tun. Aber dann müssen wir in den Finanzmärkten wahrscheinlich noch eine Nummer vorsichtiger werden, wenn er das so durchzieht. Genau. Sie haben es angesprochen, die Renditen. Sie haben zunächst mal die aus Großbritannien mitgebracht und haben, das ist ein ziemlich interessantes Chart, den Corona noch mal mit abgebildet. Im Grunde die letzten zehn Jahre, wenn man das sich so anguckt. Und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir dieses Niveau von 3,08 Prozent Rendite über, da haben wir einen Ausbruch hingelegt. Ich will nur darauf hinweisen, dass das eigentlich der Grund war für die letzte Woche. Also wir sind hier von 3 Prozent auf Klick 4,5 Prozent gestiegen, bei den Zehnjährigen in Großbritannien. Wir kommen bei Corona von nichts, sozusagen. Ja, genau. Und das ist aber in vielen Märkten genauso gewesen. Aber Großbritannien hat, wie man hier sieht, erst in den letzten zwei Monaten, ist ja ein Monatschart, so richtig zugelegt. Seitdem die Bank of England auch von sich aus sozusagen gesagt hat, jetzt machen wir mehr, ja, und in dem Moment ist das natürlich noch etwas, wo das Fund unter die Räder kam, was auch dazu führt, also mehr Inflation und so weiter. Also von der Seite her war das jetzt so, man muss sagen, wir sind erst hier ungefähr auf 4 Prozent zurück. Also es ist noch gar nicht so dramatisch viel, wie da, sagen wir mal, entspannt in die Richtung passiert. Ja, auf dem nächsten Chart können wir, die amerikanische, Also, nee, doch, erst mal das Fund, ja. Genau. Entschuldigung. Das ist dazu passend, genau, wie Sie sagten. Also wie stark das abgebrochen ist, es war ja im Vorfeld schon, das ist Brexit 2016, und hier war der Austritt, ja, und dann sind wir eigentlich unter diese ganzen Niveaus gefallen. Und ganz da hinten, das war Soros bei 1,04, 63, 1985, also da hinten irgendwo, und da sind wir wieder, ja. Also von dem her ist das also tatsächlich jetzt eine Rettungsaktion auch hier gewesen, weil wenn es weiter abgestürzt wäre, fließt natürlich mehr Kapital aus Großbritannien raus, die Zinsen steigen noch mehr, und die Inflation steigt noch mehr. Also das heißt, das war schon von der Bank of England wirklich Fallschirm. Absolut, weil die Zinsen sind jetzt automatisch ja noch weiter durch die Decke gehen, im Grunde, wenn man da nicht interveniert. Und ja, man muss fast schon sagen, ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Wording von Politik und von Notenbängern, also wie die sprechen, welche Sprache die benutzen, ist es ein hochkomplexes Thema, oder finden Sie das nicht auch, dass Kommunikation unabhängig von diesen ganzen Markenmechanismen und diesen harten, dieser Werkzeugkiste, die man benutzt, Kommunikation eigentlich ein ganz entscheidender Faktor mittlerweile ist? Das wäre doch mal eine Idee, sozusagen so ein Übersetzungssystem zu erfinden. Im Grunde so ein bisschen. Ja, um zu sehen, wie kann man das auswerten. Aber Sie haben recht, ist natürlich klar, das Wording ist absolut entscheidend, und auch dann nachher, also welche Taten folgen. Und bei der Bank of England war es natürlich so, also die haben nur eine Verlautbarung gehabt und danach hat man also umgeschaltet. Und zwar ganz klar, hat dann auch seine Wirkung. Es zeigt natürlich Wirkung, genau wie Sie sagen, auch für die Investorin, Vertrauen geht verloren, man muss jedes Mal dann quasi die Bazooka in die eine oder in die andere Richtung rausholen. Und das kann ja die Idee nicht sein. Und jetzt sehen wir mal die Wirkung in den USA von der Bank of England. Also gleich, diese Idee macht die Fed das auch und so weiter. Es gab ja ganz überhaupt keinen Grund, warum jetzt sozusagen die Rendite hier in den USA von 3,95 auf 3,60 fällt. Und zwar in so einem relativ schnellen Zeitraum. Wir sind natürlich auch hier vorher stark angestiegen, sind auch hier ausgebrochen. Also kommen von Corona, in dem Fall von 1,16 für zehn Jahre und waren jetzt also fast bei 4 Prozent. Und jetzt ist das natürlich sozusagen, wie gesagt, dieser Hoffnungsschimmer, der da da ist, wird die Fed vielleicht, so wie die Frau Deli das sagt, doch mehr darauf achten, dass wir hier nicht also sozusagen erwürgt werden von den hohen Zinsen. Und abhängig davon, was ich auch spannend finde in der Retrospektive, ist dieser Zeitraum hier im Grunde von Mai 2021 bis dann in den August, wo man im Grunde ja sagen konnte, dass die Fed und auch Herr Paul gesagt hat, dass alle nur davon ausgehen, dass es ein kurzfristiger Trend sein wird mit der Inflation. Und man dann harte Fakten schaffen musste tatsächlich und dem Markt dann angefangen hat, hinterher zu laufen. Wir sehen ja, das ist jetzt ein Wochenchart. Wir sehen, wie viele Wochen das hier einfach gesagt hat. Und es läuft aber parallel zu den Zinsanhebungen, zu den intensiven Zinsanhebungen. Ja, es ist unglaublich. Und dementsprechend dazu auch logischerweise der Dollarindex passend. Sind hier den Rückgang, auch da, das ist auch diese Hoffnung in dem Moment, wenn der Dollar die ganze Zeit fester gegangen ist, also jetzt sind ja diese Währungen da drin, und an der Stelle jetzt, wo plötzlich gibt es eine Reaktion, auch da die Hoffnung, wenn der Dollar insgesamt schwächer kommt, ist das Entspannung für die Märkte und so weiter. Für Europa wäre es natürlich auch ein bisschen mehr Inflationsbekämpfung, wenn wir mit dem Euro wieder ein Stück über die Eins kämen und so weiter und so weiter. Also all das ist nur so Beschreibung des Umfeldes von dem, was wir da in den Aktienmärkten dann wiedersehen. Wir haben es beim Euro gesehen, explizit nochmal. Der war bei unter 95, 0,95 und jetzt wieder an die Parität herangerobbt, zumindest als Reaktion darauf. Genau, man sieht also, ja, da wird ein bisschen was vorweggenommen. Aber die Frage ist tatsächlich, ob die Notenbanken in den USA das tatsächlich so machen müssen. Es würde so ein bisschen mit dem, was Frau Daly sagt ja, da würde es ja dazu passen. Aber man darf natürlich auch an den Aktienmärkten dann nicht zu sehr die Korken knallen lassen und feiern, oder? Naja, also wir sehen ja hier, was vorher passiert ist. Also es ist jetzt ein Wochenchart im S&P. Da hat mit drei Wochen hier wirklich kräftiger Absturz. Also unter diese 4.300 und dann hier bis 3.584 im Tief. Und was entscheidend für viele Amerikaner war, dass wir unter dieses Juni-Tief gefallen sind von 3.636. Und jetzt, das ist jetzt bis jetzt diese Woche. Also das sind erst nur diese sozusagen zwei Tage, gestern und heute, was ja schon relativ viel ist. Und wir sehen aber, wenn wir diese Bewegung hier nehmen, und dann sind wir hier schon tatsächlich am ersten Retracement dran. Also man könnte sagen, boah, Pulle schon wieder ein Stückchen rausgetrunken. Wenn es weitergeht, das können wir vielleicht ganz kurz auf dem nächsten Chart sehen. Genau. Auf dem Tageschart, da sieht man es ein bisschen besser. Das ist jetzt nochmal ein bisschen vergrößert, diese Bewegung, die wir eben gesehen haben. Und jetzt kommen wir, da ist übrigens ein kleines Gap entstanden gestern, kommen wir direkt hier an diesen ersten Widerstand. Würden wir da drüber gehen, würden wir irgendwo so bei 3.9 hinkommen, selbst dann wäre das Risiko noch nicht raus. Also was ich glaube im Moment ist das, dass wir tatsächlich im Laufe des Septembers so eine Art Konsolidierung hier, also ich will mal sagen, Kampf um die Zinsrichtung, weil klar ist, das ist jetzt erstmal in den Gedanken drin, und man muss auch das eine sagen, also die Märkte sind hier an dieser Ebene und Waren sehr, sehr stark überverkauft. Also egal, was jetzt passiert, es muss irgendwie eine Art Korrektur her. Und von der Seite her glaube ich aber, dass wir hier jetzt nicht direkt stark abbrechen. Aber wenn wir runterkommen, wäre das Risiko hier erstmal rein nur von der Kursbewegung her 3.450. Wichtig wäre halt an der Stelle, wenn man das hier positiv sehen will, dass wir hier nicht so extremst runterkommen. Aber ich glaube halt, jeder der jetzt sagt, ja es geht jetzt hier hoch und geht dann wirklich total runter, für meine Begriffe wird das erst im November oder so kommen, wenn klar wird, die FED will vielleicht gar keine Entspannung oder so. Jetzt sind die Preise, das haben wir gesehen, und diese extremen Bewegungen natürlich von den Äußerungen und den Handlungen der Notenbanken getrieben. Aber jetzt mal betrachten wir doch mal die gesamtwirtschaftliche Situation. Also, es kommen die ADP-Arbeitsmarktdaten in Amerika. Sind die, wenn es positive Wirtschaftsnachrichten gäbe, eher mal dafür verantwortlich, dass vielleicht auch mal so eine Unterstützung im S&P halten würde? Oder glauben Sie, wenn die Wirtschaftsnachrichten und die Wirtschaftslage zu gut ist, dass wir dann eher auf den S&P beispielsweise nochmal Druck bekommen, weil die Notenbanken wieder quasi hinter der Kurve unterwegs sind? Das ist die große Befürchtung für den Freitag jetzt, ja ganz klar, ja. Weil, wenn die Zahlen zu gut sind, also man erwartet ja jetzt einen kleinen Rückgang der Arbeitslosigkeit, aber auch 300.000 neue Jobs, also kein irgendwie, wie der Herr Paul immer sagt, also der Markt ist weiter angespannt, das ist er auch, ja. Und insgesamt sind die Konjunkturdaten also weltweit sowieso nicht so schlecht, selbst für Europa nicht so schlecht. Also Perforie, ich habe das gerade gesehen, Griechenland 5 Prozent Wachstum für dieses Jahr. Also von der Seite her ist es natürlich etwas, wenn ich jetzt, sagen wir mal, der Herr Paul bin, ja, und die verlangen alle von mir, dass ich jetzt Pause mache, ja, und ich sehe, die Inflation läuft weiter und die Konjunktur ist in super guten Zustand, ja, dann, wenn ich jetzt nicht unglaubwürdig werden will, muss ich weiter etwas tun. Stimmt. Und das wird dann also der Faktor sein, den die Märkte dann auch im Grunde genommen verstehen werden, indem sie dann vielleicht dann nochmal ein Stück abtauchen, ja. Übergeordnet sind wir sowieso in einem Abwärtstrend, das sehen wir auch ganz deutlich am DAX. Ja. Den haben Sie auch auf Wochenbasis mitgebracht, auch da ist jetzt die Frage, wo war das? Wir hatten auch da die Tiefs rausgenommen. Und zwar die weiteren Tiefs, ja, also wirklich hier bis 2021 und das also in sehr kurzer Zeit, aber auch da, ne, drei Wochen und wir waren, ich habe da mal low hingeschrieben, also wirklich richtig überverkauft, ja. Schade, dass wir jetzt diese Woche nicht hier nochmal einen Tief gemacht haben, da hätten wir so eine Wochenreversal draus machen können, ja. Ist aber nicht geworden. Also von der Seite her erst mal da unten ausgebremst, ja, und dann kann man ja auch sehen, mal so in der nächsten Chart, da kann man das wunderbar sehen, wie weit wir schon mit sind, ne. Also wenn wir hier diese Tiefs jetzt verbinden, ne, dann sehen wir 2700, war jetzt gestern fast erreicht, und von der Seite her, wenn man hier oben sieht, wir haben einen Daily Reversal gemacht, danach ging es runter. Jetzt haben wir tatsächlich einen Daily Reversal gemacht hier am Montag, ja. Das war jetzt kein Wochenreversal, das hätte mehr tiefer sein müssen, aber einen Daily Reversal am Montag und dann daraus 2700, wenn wir im Grunde genommen von der gesamten Bewegung, das Retracing machen, würden wir so ungefähr auf 2915 kommen, dann würde man hurra schreien, dass man da drüber ist, und trotzdem würde es vielleicht dann wieder, also ich glaube, auch beim DAX werden wir so Konsolidierungen erst mal hier erfahren, ja, also die jetzt gar nicht dazu führen, dass wir von hier dramatisch über die 200-Tage-Linie rennen oder komplett durchfallen, also ich glaube, dass wir bis Freitag ein bisschen Luft holen müssen, nächste Woche wird sich dann im Grunde genommen wieder beruhigen, aber ich glaube erst, dass wir wirklich stärkere Rückgänge im November dann noch erfahren werden. Und das machen Sie dadurch ja aus, dass Sie sagen, wir sind sowohl, was den S&P betrifft, aber auch was den DAX betrifft, dass wir so eine Erholung gemacht haben, die Notenbank äußerungsgetrieben gewesen ist, aber eigentlich charttechnisch, genau, Hoffnung. Hoffnung, ja, 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 also man handelt eindeutig die Hoffnung, schlimm wird es, wenn es nicht so kommt. Das ist das Problem. Dann wird es schlimm. Ja, ich habe versucht, mal einen Vergleich zu machen bis 1987. 1987 waren wir 40% gefallen im DAX und mit Corona waren wir auch 40% im DAX gefallen, um uns danach in beiden Fällen um 100% zu erholen. Also jeder weiß, wir waren bei 8.000 und waren bei 16.000. Kann man also richtig leicht rechnen. Und dann sind wir tatsächlich von den Gesamtbewegungen 61,8% in dem Fall im Jahr 1990 korrigiert und sind jetzt auch genau auf diesem Weg. Das heißt also, bei 11.330, das sind so 1.500 Punkte oder so etwas von hier, wären wir sozusagen wieder dort. Wobei ich glaube, dass wir erst hier konsolidieren werden und im Laufe des Novembers, vielleicht auch ein Stückchen früher, das werden wir aber sehen, diese tief sehen werden, um dann nachher uns erst dann intensiver zu erholen. Vielleicht passiert ja auch bis dahin politisch etwas oder vielleicht sehen wir an der Stelle vielleicht auch bei den Inflationsraten, die ja jetzt von den ganzen Indikatoren her tatsächlich auch eine Möglichkeit haben. Also wenn wir sehen, Containerkosten sind stark am Fallen, die Lieferzeiten sind viel kürzer geworden. Also es ist schon sehr vieles auf dem Weg, was global die Inflation ein Stückchen drehen könnte. Wenn wir das dann nachher im Laufe des Novembers da hinbringen, dann ist das wirklich... Was man auch auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte, ist tatsächlich die konjunkturale Situation in Deutschland. Die Large Caps haben noch nicht so viele Probleme, aber wenn man sich die Mid Caps anguckt, diese hohen Gaspreise tatsächlich, und dass es da keine so eine richtige Entscheidung gibt, auch auf politischer Ebene, und der Krieg halt immer noch da ist, zieht dem einen oder anderen wirtschaftlich schon den Stecker tatsächlich. Und von Stundungen. Würden Sie es in dem Kontext, wenn ich fragen darf, für sinnvoll halten, dass man ähnlich wie in der Corona-Krise seitens des Staates den Unternehmen noch mal unter die Arme hilft, indem man das Insolvenzrecht vielleicht noch mal ein bisschen lockert wieder, oder da ein bisschen unterstützend tätig ist, um das nicht zu verhindern? Weil wir haben ja im Grunde Liquiditätsprobleme, weil die Unternehmen so viel Geld ausgeben müssen für die Energiekosten. Das ist richtig. Aber ich bin auf der anderen Seite der Meinung, die Konjunktur wird in Deutschland also extremst runtergeredet. Also sagen wir mal so, die Erwartungshaltungen sind viel, viel schlechter als die wirkliche Lage. Also wir haben zum Beispiel, das gilt auch teilweise weltweit, noch Auftragsbestände, wo es eine ganze Zeit lang braucht, bis die abgearbeitet sind. Also wir haben zum Beispiel noch überhaupt keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wir haben also wirklich Kapazitätsauslastungen. Wir haben sogar einen engen Arbeitsmarkt. Also das heißt, es ist noch lange nicht so. Und wir haben sehr viele Unterstützungen staatlicherseits. Jetzt, die vielleicht auch noch steuerlicherweise kommen, wo ich der Meinung bin, tatsächlich führt das sogar zu ein bisschen mehr höhere Inflationen. Also wir sehen ja, die ganze Fiskalpolitik arbeitet eigentlich im Gegeninteresse der Zentralbanken. Also weil man dort immer versucht, sehr viel abzufedern. Also von der Seite her vielleicht alles gar nicht so schlecht. Und dann haben Sie uns noch eine Einzelaktie mitgebracht aus Schweden. Finden Sie ganz spannend, weil das Geschäftsfeld eigentlich doch jetzt en vogue kommen könnte. Und der Chart, der spricht für sich. Ja, 14 Monate down. Ja, also von 204 auf 13 Schwedenkronen. Ja, also der Anstieg war natürlich fast genauso. Das Unternehmen klaut Computing-Dienstleistungen. Das heißt also, dort kann man also Unternehmen seine ganzen Dienstleistungen machen und machen lassen und so weiter. Haben jetzt sehr große Aufträge bekommen. Will ja gar nicht so viel von dem Unternehmen an sich sprechen. Und haben also an der Stelle auch sich mit einem anderen Unternehmen zusammengetan. Das heißt also, da ist sehr viel dran. Und wir sehen diesen kleinen Hoffnungsstern da von einer roten beginnenden Kerze. Ja, also von der Seite her... Weißen, meinen Sie? Bitte? Sie meinen weiße kleine Kerze? Genau, diese kleine... Also, ja, weiße Kerze, genau. Entschuldigung. Kann man umgeben, alles gut. Das waren so viele Rode. Genau. Also von der Seite her... Und wir sehen, wie lange das jetzt eigentlich überverkauft ist. Und von der Seite her, selbst wenn wir von Retracements reden würden, darf man also hier von träumen, von 13 bis 80 oder so. Also, geht mir nur darum, schwedisches Unternehmen, von der Seite her vielleicht auch eine technische Idee, wenn man es sich etwas näher angucken will. Spannend. Ja, Mensch, das war es dann quasi. Wir sind durchgeflogen. Es war sehr informativ. Und wir haben eine ganze Menge erfahren. Sie haben eine ganze Menge erfahren darüber, wie so die Gesamtgemengelage ist an Finanzkapitalmärkten, an den Börsen, von welchen Herculesaufgaben und tatsächlich auch Abwägungen, die Notenbanken im Kontext all dieser Überlegungen, die Herr Zwermann auch sehr breit aufgeschlüsselt hat, vor welchen sie stehen. Und wir bleiben natürlich auch weiter dran und beobachten das für Sie. Und ich freue mich in diesem Zuge auf ein nächstes Mal. Bis dann. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.